Du möchtest bessere Fotos aufnehmen? Das Buch von Peter Hofstetter gibt dir die Grundlagen der Fotografie in Form eines Fotokurses. Mit über 20 Jahren Erfahrung als Fotograf hat Peter Hofstetter ein Fotobuch zusammengestellt, in dem er die wichtigsten Dinge erklärt, die du absolut wissen musst. Moderne Kameras haben so viele Knöpfe und Einstellung und die meisten Leute sind eher verwirrt über ihre Kamera. Sie sind so beschäftigt mit der Kamera, dass sie die besten Aufnahmen verpassen. Das Lachen des Kindes ist vorbei und die Sonne ist im Hintergrund verschwunden, weil sie immer noch mit den Kameraeinstellungen beschäftigt sind. Du hast ein gutes Auge, siehst die vielen, guten Motive, aber die Kamera lenkt mehr ab. Eine Kamera ist nur das Werkzeug, um deine kreativen Ideen umzusetzen. Tatsächlich gibt es nur wenige Einstellungen, die du beherrschen musst. Nach 22 erfolgreichen Jahren im Fotobusiness, weiß Peter Hofstetter genau, welche der wenigen Funktionen er täglich benutzt, um Fotos von sehr hoher Qualität zu erstellen. Einige grundlegenden Dinge musst du aber wirklich beherrschen. Dann werden die Fotos um ein Mehrfaches besser. Dieser Kurs wird die Verwirrungen über die Kamera auflösen. Anstatt alles im automatischen Modus aufzunehmen, kannst du die Kamera als Werkzeug benutzen, um sensationelle Aufnahmen zu machen. Danach wirst du mit dem Fotografieren beschäftigt sein, weil du dein Werkzeug, die Kamera verstehst. Was sind die Grundlagen von Komposition? Wie werden die Farben besser und wie kannst du erkennen, ob ein Foto richtig belichtet ist? Was machst du, bei zu hellem Hintergrund und zu dunklem Vordergrund? Was bedeuten die verschiedene Fachausdrücke? Welches Objektiv solltest du in welcher Situation einsetzen? Wie kannst du mit Licht sehr kreative Bilder gestalten? Wie arbeitest du mit den manuellen Einstellungen? Was ist AV, TV, M, ISO? Und was bedeuten diese vielen Knöpfe an der Kamera und welche kannst du einfach ignorieren? In dem Buch findest du die Antworten. Bestelle dieses Buch, gehe durch diesen Kurs, mache alle Übungen und deine Fotografie wird sich stark verbessern. Bestelle dieses Buch, gehe durch diesen Kurs, mache alle Übungen und deine Fotografie wird sich stark verbessern.